Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie das funktioniert. Ruhig über den Weg, um die Power-Orbs zu erzeugen, die deine neue Geschwindigkeit verbessern. Jedes Mal, wenn du ein Checkpoint hast, kannst du in der Programme ein bisschen länger bleiben, damit du am Ende zu erreichen kannst. Aber du möchtest wahrscheinlich die Feuerwäsche durch den Weg zu erzeugen. Glückwunsch! Ich bin bereit. NOOOOOO! Ich bin bereit, aber es scheint, wenn du irgendwelche Checkpoints verbringst, dann kannst du dich nicht mehr verbringst. Wie schnell laufe ich denn? Jaha. 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 Dohhohohoho! Jaha. OOOH. Jaha. St detail Mach dich bereit, zu springen! Boum! Oh verdammt! Mist. Ich bin hängen geblieben. Komm hoch mit dir! Nein! Das hochspringen ist scheiße. Warum nicht hochrennen, Alter? Yeah, ich hab Gold! Ja, wir haben Gold! Super! der Auslauf des Schaaf so sieht's aus Gold Baby Gold Bargeld endlich jetzt können wir einkaufen bessere Klamotten endlich mal aber hey ganz ehrlich ich brauch kein Auto mehr ja du kannst dich unendlich rennen du kannst nein das ist mit deiner Ausdauer verbunden dann pushe ich die Ausdauer aber ganz schön wie rennt man jetzt so ah ja da läuft was runter ja tatsächlich also wir müssen auch wieder Gebäude kaufen so wie es aussieht die ganzen Fragezeichen kann ich den umfahren ey umrennen was ist das äh sicherheits auch irgendeine Herausforderung äh keine Ahnung soll ich was machen äh äh okay nee egal geh zum Ziel hä ich hab gar kein Ziel lauf mir hinterher ein Fragezeichen das auf mich schießt what the fuck töte das Fragezeichen box es nicht du solltest erschießen okay wo ist es jetzt ich seh's nicht mehr alter alter wie machst du das zack zack du bist ja Superman aua du sollst nicht mich bomben oh alter ja 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 superman ist ein scheiß gegen Mr. Miyagi okay das war's oder was okay ähm machen wir gleich nächste Mission oder sollen wir noch ein bisschen Geld verdienen oder was will die Polizei ich muss sagen wir gehen erstmal Klamotten kaufen ja dann markier mal ich schnapp mir Spike hier was zum Teufel ist denn das los 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 alter die Aliens sind da ja scheiß auf dir schnapp dir Spike ah die haben mich getötet nein ne 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 wo ist mein Motorrad wo ist mein Motorrad scheiß doch aufs Motorrad wir sind schneller als ein Motorrad ah da hier ich hab's und wohin jetzt bleib stehen das war nicht mein Motorrad ich war ein Bullmotor egal fahr jetzt wohin jetzt fahr zum Klamottenladen markier mal die Stelle bitte wo sind wir überhaupt wo sind wir überhaupt da hier fahr da sehe ich das sehe ich das sehe ich das was ist das die Aliens ich will so einen Alienwagen haben ah umrennen umboxen töte sie los rein in den Alienwagen nicht hochheben yeah komm her ich bin down ich bin down wo 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 denn da vor dein Füß alter ja der steigt ins Auto ein statt dich wieder zu retten los steige in die Karre steige in die Karre bist du in der Karre ja sag rechts links geradeaus warte ich sehe gerade nichts na sorry jetzt äh ja genau folgt der Straße folgt der Straße ne alter das Ding zu steuern und außerdem mein jetzt rechts Bild ist so hässlich alter rechts wohin geradeaus geradeaus ist kacke du wolltest ja unbedingt haben ja der sieht schon cool aus aber woher alter ich muss hier raus schnell schnell hier rein schnell ups was ist das alter wo hab ich nun 10 gebracht was ist das für ein scheiß Karottenladen alter meine Energie ist voll äh ich bin tot hol mich hier raus alter die Aliens stürmen schnell geh wieder raus die Aliens mit dem Laden hol mich raus ich bin gleich tot hallo schnell geh raus und hol mich hallo ich komm nicht hin warte wo ist wo bist du ich liege im Laden neeeen ja genau der geht wieder einkaufen was ist das mit dir was du ey fick dich doch das war ein Durcheinander schon wieder ey das ist echt übel äh wo steh jetzt hin ich bin jetzt ich komm zu dir ja ich geh ich bin im Einkauf ja du brauchst sowieso immer länger guck mal ob's etwas Mr. Miyagi Mr. Miyagi mäßiges gibt da kommen schon wieder Bullen alter wieso kommen da die ganze Zeit au ich brenne ja ich brenne ich brenne nein alter wieso jagen mich denn jetzt schon wieder die Cops das ist ja ich renne nur ein bisschen durch die Gegend und schon kommen sie du darfst hier nicht durch ich bin auf dem Weg zu dir ich muss mich normal verhalten sonst kommen die Bullen oder wie muss ich das verstehen ich bin auch im Laden endlich so was gibt es da Brille ich ziehe natürlich jetzt auf jeden Fall hier so eine Neobrille auf Matrix äh Hüte? nee, echt jetzt Alter nein Alter was es wieder gibt nein 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 Luchadores gibt es auch wieder brutal ich sterbe wie geil ähm Oberkörper wie wärs mit einem BH oh ne Kette ok oh mein Gott nein keine Kette Rucksack da gibt es wieder Kätzchen Rucksack das ist alles alt wir brauchen was neues Oberkörper gibt es denn kein aaaaah hier irgendwas Mr. Miyagi mäßiges Ahaaaah humm uff haha Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihuh äh, Pilsi Unterkörper-Outfits Achso, es gibt wieder ganze Outfits Oh mein Gott Ich mach nachher so einen üblen Typ wieder Ja, aber jetzt Erstmal so Ich bin fertig Genug Geld ausgegeben Ich brauch nur wieder jetzt Waffen Waffen? Zack Wo gibt's Waffen? Matrix Wie übertrieben Aber hey, ich würd mal sagen, ich kaufe auch ein paar Sachen jetzt hier Ist irgendwas hier in der Nähe? Irgendwas Ich kauf jetzt was Und zwar das Wo man Autotunen kann Kann man das kaufen, oder? Was ist das? Geh zum Ziel Ach nee Was ist jetzt wieder? Hab ich eine Mission angenommen, oder was? Ups, Entschuldigung Sag mir, wenn du fertig bist, gell? Gleich, gleich Ich mach hier grad schon irgendwie eine Mission Wollte ich eigentlich gar nicht machen Komisch, dass du da nicht erst gefragt wirst Yeah Ich brauch mehr Ausdauer Boah, wie weit wir da hin müssen Was ist denn das? Hey, ich hab so ein Ding gefunden Auf dem Dach Hier so ein Knotenpunkt Yeah, Datensammlung Oh mein Gott Wo muss ich denn da hin? Kann ich ins Wasser? Äh, ans Ufer warten Wie cool ist das denn? Äh, ich muss über die Brücke Nyeh, nyeh Mink, mink Ja, zack Da bin ich An was erinnert mich das? Das erinnert mich am Prototype Ja Ey, diese Brücke ist neu Diese Brücke ist wirklich neu Achso, fertige Outfits hat's ja auch wieder, gell? Ja, ja, klar Alter Du musst jetzt ziemlich weit fahren oder laufen Mir egal, ich bin schon fast da Klau das Fahrzeug Ach, das ist nur so eine Mission, wo man Fahrzeuge klauen muss, oder was? What? Was ist das denn? Runter von dem Fahrzeug Runter, du Hotdog Ich sag dir runter von dem Fahrzeug Bleibst du stehen Oh Gott, nochmal Mein Motorrad Oh Gott, komm her, was? Schluss, ja? Ey, was Spielpause? Oh, sorry Ich hab es Oh yeah Alter, was sind das für Fahrzeuge hier? Was ist das? Oh nein Oh nein Ey, die Cops Ich hab den Rundenpunkt gefunden Ah, na egal Ich nehm den mal kurz ein Yeah Datensammlung 2 Datensammlung 2 Bringt auch irgendwie Erfahrung, oder? Oder sowas ähnliches Zumindest Keine Ahnung Keine Ahnung Wir, 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 wir machen halt einfach mal, ne? Äh, äh Okay, ja, alles klar Ich verstehe So, jetzt Ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg, ja Ich musste vorher nur die Polizei entweichen Aus dem Weg Der Präsident ist on the way Okay Ich hab einen Unfall gebaut Oh nein, Polizei Oh nein Und wie viel Polizei Nicht zu weg hier Schneller Au Wo bist du? Auf dem Weg zu dir Lieber nicht Ach, Mann Ich bin da Ah Du Idiot Fahr doch Und ran, nicht mich Wir müssen das Du hast das gleiche Motorrad, oder? Ja Ja, wir müssen das wegbringen Ja, ne, ich hab mich Ich hab dich abgebrochen Warum? Scheiß auf das Ja, nein Ich mach dir jetzt noch kurz fertig Das bringt Kohle Kohle, Kohle, Kohle Ah, komm schon What the fuck? Was ist? Ich hab's hingeschmissen Hingelegt Hey, ich bin schon da Ich bin schon da So ein hässliches Motorrad, Alter Aber irgendwie Ja Das ist eigentlich bis jetzt Noch nichts anderes Das konnte man schon alles In Saints Row 3 So Yeah In Saints Row 3 war das aber mit den Zufkräften nur so ein Ding Nur so Ja, aber es gab's schon Ich mein nur so Es ist nichts Neues Aber das war ja kein Dauerzustand Würde ich mal sagen Slip-Einlagen Ciao Ja Oh, hast ein Daten-Ding gesammelt Dann würde ich mal sagen Mach mal ne Ne richtige Mission Zurück Aufträge Aufträge Polieren Lerne die Regeln Haben wir doch schon gemacht, oder? Nebenaufgaben Simulierte Anweisungen Oder anpassen Extra Herausforderung Äh, nee Wir machen Machen mal ne Nebenaufgabe Oder machen mal Erkunde den Turm Simuliere Betrug Panzer für dich Boah, Panzer für dich, oder? Dann machen wir das Ja Ah, so sieht's doch aus Du Gangstor Normaler, Alter Ich bin Matrix Willkommen in der Nacht Ich seh mehr aus wie Alex Mercer Für nen Prototype So Und, also Und nein, ich bin, ich bin Desmond Mais von Assassin's Creed Guck, zah Zah Und ich bin weg Wee Wee Zaaack Alter, das ist so cool Für was Auto? Ich heb von Dach zu Dach Schon wieder Schon wieder eins gefunden Aber du musst aufpassen Du darfst die Leute nicht so rammen Weil sonst kommt gleich wieder Polizei Und geht uns auf den Sack Schon wieder Oh, ich hab auch eins gefunden Oh, was ist das? Da ist wieder so ein Alien-Ding Das müssen wir, glaube ich, einnehmen Oh ja Komm mal zu mir Ein paar Aliens in den Arsch treten Okay, eine weniger Wir müssen die Dinger einnehmen Oder Wie soll ich das verstehen? Ich hab nichts gar nicht Ganz ehrlich Ja, Boxy Zack Zack Noch ein Schlack ihn um Er spielt Punching Ball mit ihm Bam Okay, ich muss gut durch Deckung gehen Ich trete mal hier so ein bisschen Ein paar Aliens durch die Gegend So, dafür kriegen wir auch Geld Wenn wir diese Dinge hier einnehmen Alles klar Was will die Polizei jetzt schon wieder von uns? Okay Äh Ab zum nächsten Äh, ich brauch irgendwie Heilung mal hier Hä, was hat mich da jetzt umgehauen? Ach so scheiß Bulle, Mann Ich komme Nein, ich hab keine Magie mehr Nein Stirb nicht Warte auf nicht Nein, jetzt Ja, ist egal, ich komm Ist egal, ist egal Nein 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 Jetzt tötet der mich auch noch Brutal Der steht Oh nein Der steht an deiner Leiche und tötet mich auch noch Maske Bam Ich boxe einfach die Autos weg Genau Und schon ist wieder Polizei da Oh Quatsch, das will ich haben Nein, das ist ein Trike Was ist das? Motorrad mit Dreirädern Vorne Hey, was ist das Riesending hier? Ach so, hier Hey, wo gehst du hin? Wir müssen hier hin Panzer Vandalismus ist angesagt Mit What the fuck ist das? Hugeer Panzer We're better than our home Also Yeah Geh du an die Seite Geh diese Seite Yeah Stirb Niederreck Kreaturen Morgen haben wir schon mal Viel Gold Behalte ich Unterstöre alles Brauchen auf jeden Fall Gold Silber Zeit läuft Zeit läuft Alter Oh Gott Es ist wieder so Es ist einfach Saints Row Ausrasten Und alles Zerstören Ja, das schafft man locker Junge Nutzig Sekunden Das schafft man locker Ja Würde ich nicht sagen Stirbt Menschen Warum um Himmels Willen Töte der Präsident Alle Yeah Gold Man So muss sein Jawohl Panzer Vandalismus Geschafft Brutal Was geht Junge Junge Yeah Und jetzt haben wir den Panzer Und können ihn jederzeit holen Den Schwebepanzer Jetzt kannst du jederzeit Den Schwebepanzer Die holen Und die ganze Stadt zerstören Ja man Korrekt Oh mein Gott